Musik Der Krokodilsee wird alle zwei Wochen gereinigt. Dafür müssen die Krokodile natürlich raus, weil wir hier kein Krokodilschwimmen machen. Wichtig ist dafür, dass die Krokodile eben mit uns mitarbeiten. Also das Handling, was wir durch das Training jetzt eben mit den Krokodilen geschaffen haben, ist also sehr, sehr gut inzwischen. Die Krokodile haben alle das Training gut angenommen und lassen sich also alle einzeln abrufen und dann bestimmte Plätze locken, um sie eben dort zu separieren. Das funktioniert also sehr, sehr gut, dass wir eben sagen können, inzwischen alle zwei Wochen ist Teichreinigung und das ist ein fester Termin. Der muss nicht irgendwie variiert werden und dann können die Kollegen auch gut und sicher hier im See alles sauber machen. Wichtig dabei ist eben, dass gerade der Bodengrund gereinigt wird. Da lagert sich natürlich viel Laub, viel Dreck, viel Mulm ab. Hier fällt ab und zu mal was rein, was dann rausgefischt werden muss. Meine Kollegen filtern den ganzen Boden so ein bisschen durch, versuchen eben den Dreck abzufischen. Und die Überlaufkästen für unsere Filteranlagen werden sauber gemacht. Also alles nötige Schritte, um das hier so schön so halten, wie es sein soll. Hier sind schon diverse Sachen gefunden worden. Das fängt natürlich bei den Klassikern an. Schnuller oder Handys, Kameradeckel, Brillen. Das sind so die Klassiker. Aber wir haben hier auch schon Schuhe drin gefunden. Lustigerweise nicht nur Kinderschuhe, sondern auch Erwachsenenschuhe. Ja, ansonsten Spielzeug ist oft drin, aber eben auch manchmal unschöne Sachen wie Flaschen oder so, die dann von den Tieren eben auch zum Kauen benutzt werden. Und es muss eben nicht sein, dass die Tiere auf Plastik rumkauen. Das kann gefährlich werden, für die Plastik kann nicht verdaut werden. Und deswegen ist es also ganz, ganz wichtig, dass jeder Besucher hier auch sehr gut auf seine Sachen achtet, dass ihm hier nichts einfällt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ihm hier auch sehr gut auf seine Sachen achtet ist. Vielen Dank.